Hallo und grüß Gott! Was bringt dir der 8 Lebensbereiche, 8 Wochen, Seelensprache, Karma, Fremdenergie, Glaubensmuster, Transformationskurs? Ich habe das jetzt schon mehrmals machen dürfen. Es kommen ganz normale Menschen und Therapeuten, die gewisse Probleme haben. Die merken, es steht eine Änderung im Leben an. Die merken, ich kann nicht auf Dauer meinen Beruf so weitermachen. Die merken, mit meiner Selbstständigkeit ist eine Blockade drin, ich komme nicht weiter mit Kunden, mit Finanzen, haut es nicht hin. Die merken, bei mir zu Hause hat es komische Energie. Und die lernen, all dies zu wandeln. Ein wichtiger Teil sind die Lichtmächte. Jesu, Maria, all die Lichtmächte, die hier sind. sind für mich unsichtbar, aber spürbar. Und die Menschen spüren, wenn wir sie rufen, dass bei ihnen warm wird und kuschelig und behütet und damit Dinge gelöst werden, die sonst nicht möglich sind. Ein wichtiger Teil ist die Seelensprache, die jeder lernt. Gottes Ursprache, Lichtsprache, die durch dich spricht und damit Dinge transformiert werden, die du nie für möglich gehalten hättest. Das klingt zum Beispiel so. Oder zum Reinigen. Je nachdem, was es braucht, kommt aus dir raus. Aus ganz normalen Menschen kommt es plötzlich raus. Und sie haben damit eine Transformationskraft, die unfassbar ist. Und dann geht es weiter bis zu deiner Beruf, Berufung, warum bist du überhaupt da? Und zu Geld, Finanzen, Lebensplan. Dass du erkennst, wie kann ich mein Leben regeln? Wie kann ich Glaubensmuster transformieren? Mit verschiedensten Möglichkeiten. Wie bringe ich das im Körper, aus meinem Energiefeld raus? Wie kann ich das Karma lösen von Zauberei, Schwarzmagie und Flüchten und Verwünschungen und Todeserlebnissen, die ich hatte mal als Hexe oder als Heiler oder irgendwo? Die verrücktesten Dinge kannst du lernen. Und dein Leben wandelt sich von Grund auf. In acht Wochen kann ich frech sagen, du bist ein neuer Mensch. Deine Augen leuchten, deine Aura ist viel größer, klarer, strahlender. Du hast Friede mit deinem Ex-Mann oder Ex-Frau, mit deinen Schwiegereltern oder Eltern. Es haben dir so viele Dinge in deinem Leben geklärt. Nutze die Chance, ruf mich an für ein persönliches Gespräch oder melde dich an und merkst, das stimmt, der hat recht. Ich freue mich von Herzen, dir helfen zu können. Der nächste Start ist am 5. und 6. November glaube ich, am Wochenende, 5. und 6. November, Freitag, Samstag, Abend ist Start. Dann sieben Wochen, immer Dienstag und Donnerstag. Und es geht. Nutze die Chance für deinen Wandel, für dein Weihnachtswunder. Ich frage mich von Herzen, mein Name ist Michael König-Preis von der Firma Xunzi und der Xunzi Akademie. Einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass du Kontakt aufnimmst, dass ich dein Leben an dem Handeln erfahren kann. Danke.